Mein Name ist Mia. Music is my passion und was mir ganz besonders im Herzen liegt, das ist die Gleichberechtigung in der Musik. Wir sind heute Nacht hier im Berliner Musik und Frieden, wo das große Tourfinale von Antifuchs stattfinden wird und wir nehmen euch mit hinter die Kulissen. Berlin war einfach so geiles Tourfinale und trotz Stimme weg war. Also die Fans haben mich aufgefangen bei diesem Mal auf jeden Fall und ich habe mir das gar nicht schöner vorstellen können. Alles! Digga, das sind Fuchse und Deschakar! Ho! Team Mick! 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 022! 022! Hier sind die Jungs von 022, die heute Abend Antifuchs supporten werden beim großen Tourfinale. Wie war es bisher? Wie war die Tour? War wunderschön eigentlich. War Baba. Sehr viele Städte. Sehr viel gesehen, sehr viel mitbekommen. Leute sind geil. Wir sind auch cool. Es passt alles. Was sagt ihr generell zur Gleichberechtigung in der Musik, zur Gleichberechtigung gerade so in der Rap-Szene, die ja nach wie vor noch ein bisschen männerdominiert ist? Wir haben ja auch mit Sachen zu kämpfen im Endeffekt. Wir machen ja auch diese russische Seite. Da gibt es ja auch genug Hater, die das haten. Weißt du was ich meine? Und deswegen finden wir auch krass, was die Antifuchs macht. Die stellt sich dahin und macht das, was sie macht. Die macht das, was sie ausmacht. Und deswegen steht sie auch hier auf der Bühne genauso wie wir stehen. Weil wir dafür stehen, was wir machen. Weißt du was ich meine? Unser Mann, die steht halt ihre Frau. Und das ist halt wichtig, glaube ich. Dass man das macht, was man will. Also ich hätte keinen besseren Support so wählen können. Die Jungs haben mega Stimmung gemacht. Haben nicht nur so ihr Ding durchgezogen, sind auf die Bühne und wieder runter. Haben auch angeheizt, haben Antifuchschöre mit angestimmt. Also ich habe da auf jeden Fall Support vom Support auch bekommen. Ich bin sehr zufrieden mit meiner Wahl gewesen. Ich spiele jede Show, als wäre es die letzte. Mit jedem Satz presse ich meine Seele in die Texte. Kein Platz für Whackness, für Angst oder für Schwäche. Entgegen aller Erwartung, wir entkampfen nicht. Ich kämpfe! Schlepp 220! Höre! Lachen, Kopf und Sportgastung Wir gehen Rassimpost! Extravagants als der Schafi scheiß! Wo wir gerade sind, für das Nabie weiße Alle breiten Passifik Einige, um die Afterparty Asozial, 1, 2, 3, 4 macht auf einmal noch kein Mose. Meine Leute streiten von uns, hier um deutschen Rap zu kümmern. Oslo, der Bruder, das Erholen, denn da kommen nur mehr von Erholen. Und diese Leute sind sehr freund. Geben mehr Wunsch, geben mehr Wunsch. Roll der Pus, roll die an, du rast. Roll der Pans, rollen Kamoflas. Roll der Pux, rollen 20 Gramm. Antipus! 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 Bei mir hier gerade der legendäre und unfassbar coole King Kyle. Jo, was geht ab Berlin? Wir sind hier, Antipus-Konzert, machen ein kleines Interview. Erzähl mal, warum bist du heute Abend hier? Wir sind auf jeden Fall, nutzen Support heute Abend hier, wollten uns die Show angucken. Wir waren in Frankfurt schon dabei, haben mit Antipus ein bisschen live represented. Und wir müssen die Ladies auch ein bisschen nach vorne bringen. Wie empfindest du das Geschlechterverhältnis? Also es gibt auf jeden Fall noch wenige Frauen leider im Deutschrap. Es könnte viel, viel mehr geben. Und viele machen halt nur eine Richtung. Deswegen finde ich Fuchs gerade sehr interessant, weil es halt nicht gerade dieser Autotune-Standard-Rap-Mumble-Shit ist, der jetzt gerade angesagt ist. Du bist auch egal, ob Mann oder Frau, ist ein MC, er rappt auf der Bühne, sie rappt auf der Bühne und zerstört einfach. Und dann ist es egal, ob Mann, Frau, Katze, Hund, Hauptsache es ist live nice. Weißt du, was ich meine? Ja, voll, da gehen wir auf jeden Fall mega mit dir. Aber jetzt, wo noch eben diese Zeit da ist, liebe ich sie auch. Mir zu nehmen und einfach so diesen Kontakt zu den Fans, die Leute, die du halt immer auf Instagram siehst oder die dir halt welche positiven Kommentare schreiben, die dann mal vor dir stehen oder die auch sagen, was sie fühlen bei deiner Musik und du fühlst diese Emotion halt ganz anders als über ein DM oder sowas. Das ist einfach überwältigend. Das gibt mir halt nochmal voll den Push. Ich habe direkt Bock, das nächste Album zu schreiben. Ja, es ist, glaube ich, so dieser Drive dabei. Das war der Tourabschluss der Mittelfinger-Workout-Tournee 2019. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist mir, Music is my passion. Wenn Musik auch eure Passion ist, dann abonniert jetzt gerne den Kanal. Lasst den Daumen nach oben da, aktiviert die Glocke und bis bald.